Zweiter Brief Dein Leutnant sagt mir eben, Stürme hätten dich gezwungen, im Königreich Algarve an Land zu gehen. Ich fürchte, du hast viel auszustehen gehabt, und diese Vorstellung hat mich so in Besitz genommen, dass ich kaum mehr dazukomme, an alle meine eigenen Leiden zu denken. Bist du sicher, dass dein Leutnant mehr Teilnahme hat als ich an allem, was dir widerfährt? Warum ist er besser unterrichtet? Mit einem Wort, warum hast du mir nicht geschrieben? Ich bin herzlich unglücklich, wenn du seit deiner Abreise keine Gelegenheit dazu solltest gefunden haben, und ich bin es erst recht, wenn es eine gab, und du hast nicht geschrieben. Du tust mir äußerst Unrecht, und dein Undank ist über alle Grenzen. Aber ich wäre außer mir, wenn dieses Benehmen dir Unheil brächte. Lieber soll es ganz und gar ungestraft bleiben, als dass ich irgend auf meine Rache käme. Ich leiste dem Anschein Widerstand, der mich überreden will, dass du mich nicht mehr liebst. Ich bin viel geneigter, mich blindlings meiner Leidenschaft zu überlassen, als den Gründen zur Klage, die aus deiner Nachlässigkeit entstehen. Was hättest du mir Beunruhigungen erspart, wenn dein Vorgehen vom Anfang unserer Bekanntschaft an so lau gewesen wäre, wie es mir schon seit einer gewissen Zeit erschien? Aber wer hätte sich nicht täuschen lassen durch so viel Eifer? Wem hätte das nicht den Eindruck gemacht, aufrichtig zu sein? Man entschließt sich langsam und nur unter großer Mühe, die Wahrhaftigkeit derjenigen in Zweifel zu ziehen, die man liebt. Ich fühle wohl, du würdest die geringste Entschuldigung für hinreichend ansehen.